Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es geht weiter mit der großen Schlacht. So, Kaffee ist gemacht. Weiter runter geht's. Oh, hier haben wir auch Truppen. Hier ist ein Übergang. Ach, schau an, den hab ich vorher gar nicht gesehen. Achso, das ist so. Okay. Ähm, Pause. So, ich weiß nämlich nicht. Ich würde sagen, ich riskieren. Hier geht einfach mal. Ja, Mann. Hier so auf die Kette. Ja, so. Besser. Die Kanüchen. Ziehen wir da auch mal ran. Die Kavallerie. Fack ich auf den Berg. Ich weiß trotzdem nicht, wohin damit. So. Ähm, diese Einheiten könnten noch wunderbar hier mit unterstützen auf die Fall. Plus so ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, das... Äh, warte mal, wir machen's anders. Du kannst eigentlich ihn hier mit unterstützen. Wir brauchen immer noch den Supply-Wagen hier hinten mal ganz kurz. Und ihr beiden... Hört doch, ihr geht hier an diese Ecke. In dem Wald. So. Dann gucken wir mal, was wir mit dem Rest von euch machen. Du musst dich auf jeden Fall ein bisschen drehen. Nein! Oh, fuck, 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 fuck. Ich hab die Kavallerie vergessen. Ich hab bei Gott die Kavallerie vergessen. Ach, du Scheiße. Ich wollte doch... Das hab ich jetzt auch durch die Pause vergessen. Ah, nein! Nein! Das war alles so gut mit dir. Oh, Gott! 200 Mann! Ich mein, die Kavallerie läuft auch... Äh, die Kanone läuft auch, aber ich wollte nur kurz zuschlagen. Gleich wieder weg. Hit and run. Das hab ich jetzt durch die Pause und... Ach, ich hab doch einen Cappuccino gemacht und keinen Kaffee. Ach, nee, das ist... Ach. Aber, ey, ganz ehrlich, er hat jetzt länger überlebt, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Nein. Ich dachte eigentlich, der verreckt viel früher. Aber gut ist. Er hat sein... soll erfüllt. Er hat gestört. Hat er gemacht. Und, ähm, warte mal. Pause, 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 Pause. So, warum ist das hier keine Linie mehr hier? Ne? Das war vorher... Äh, hat's Deckung gegeben. Jetzt gibt's keine Deckung mehr. Oder was? Ähm, ich zieh ihn jetzt da einfach... Ach, da hat er jetzt doch Deckung. Hä? Dann bleibt er. Das ist ja komisch. Ich sah gerade so aus, als ob es keine Deckung gäbe. Weil er sich so komisch vermiert hat, hier der komische Kollege hier. Anders von die vorgehaltene Stellung. Hier ist gerade viel interessanter. Ja, der läuft. Und da laufen wir mal hinterher. Da kriegt man richtig einen offenen Deck, der der Freund. Dann bleibt man wieder ein bisschen hier. So, kein Mönchchen bitte dahin. mal erst zurückgekommen. So, 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 so. So, 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 so. Er ist zurückgekommen, weil er sich hier noch mit rennt. Er hat sich gefangen, aber mit ihm werde ich jetzt nur noch auf sichere Sachen gehen. Ah, die können nicht rüber, die schießen oder was. Und über die Brücke trauen sich auch nicht, die Schweine. Wir haben da zugelernt. Es ist nicht wenig, was da ist. Und da wird es auch gerade mehr. Ja, nur kurz Pause. Vielleicht den Brass so vorstellen. So, hier du bist, du kommst nochmal da hin. Kanonen machen schon einen guten Eindruck. Trotzdem habe ich gerade hier die Angst, dass wir da gerade gut einen abkriegen. Kanönchen. Ich tue auch mal hier hin. Diese Hügelseite. So, hier nochmal als Reserve. Da haben wir noch eine Reserve. Das lässt sich auch hier stehen. Bei dem Baden. Ich packe einmal eine hier nochmal hin. Eine hier nochmal hin, so als Reserve. Mal gucken. Hier gibt es ein bisschen Bewegung, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu meinem Vorteil wird oder zu lehren. Also, da passt die Pauna nichts. Ich verstehe nichts, was die KI vorhat. Ich hoffe, das ist der letzte Teil der Schlacht, durch das die noch mehr Truppen dazu kriegen. Ein Teil kriegen wir noch Verstärkung. Aber unsere Verstärkung ist ja, ihr wisst ja, ich habe keine Truppen, das wird es eher ein Witz werden. Oh, jetzt geht es da los. Mal kurz Pause. Also, ich glaube, die sind natürlich ziemlich nah. Kann ich Polk noch ein Stück nach vorne ziehen? Deckung 150%. Ähm, dich packe ich dann auch nochmal hier hin. Da kommt doch einiges zu. Jetzt nicht zu sehen. Ne, wir kriegen ja weniger Deckung kalt. So, was ist das für ein Symbol gewesen gerade hier? Colonel Sam Lewis wurde verbundet. Das ist natürlich scheiße. Das ist nämlich von einem Kanon hier. Ja, ich mache mal kurz auf Pause. Da sehe ich einen Supply-Wagen, der mir nicht gefällt. Ähm, hier, ja, zerstückeln sich alle. Hier wird nur auf den einen zerstückelt. Rumgehackt. Wenn die nicht wären, könnte man jetzt hier welche wegknuspern. Aber naja. So. Mal eine Deckung. Und Prozent. Hier, den ist von der Seite, wäre schön. Na, der sieht nicht gut aus hier. Aber einen haben wir jetzt zurückgeschlagen, glaube ich. Die Frage ist nur, wie viele Deckung hat der. Ah, der läuft gleich. Ziehen einfach. So, hier ist ja auch eine Partition, die wir auch nicht weiter. Ich will hier, glaube ich, die austausche. Machen wir auch. Komm. Kommen die da ran. Ah, der Einzel-Fly-Wagen haben die noch. Der Wolf da fleißig rum. Verteilt Munition. Da kommt jetzt was. Boah. Warte mal, da ist ein Supply-Wagen rum. Läuft ein Supply-Wagen rum. Was macht der da? Oh, die haben den einen weggeschossen. Bin ich jetzt nicht so schlimm? Wo ist der... War da kein Vorgesetzten oder so? Oh, komm. Oh, warte mal. Jetzt müssen wir wieder Pause drücken, weil das wird viel zu nah. Genau. Dann kommen wir zurück. Ja, wollten wir nicht. Hier finde ich es jetzt nicht verkehrt, dass der aufgegeben hat, damit wir vielleicht alle mal hier rüberkommen und die schön zurückdrehen können. Ich glaube, das ist eine schöne Idee. Nicht so schlimm. So, die sind motiviert. Ich hoffe, die Motivation bricht sich da jetzt auch. Scheint nicht so schlimm. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Warte mal ganz kurz. Jetzt geht's ab. So. Gut, die laufen da gerade weg. Passiert nicht viel. Ähm, hier geht's jetzt los. So. Halt. Genau. Alter Schwede. Warte mal ganz kurz wieder. Ich will jetzt nicht, dass mir hier irgendwas aus den Augen davon nicht funktioniert. So. Da kommen Truppen. Das ist gut. Die kann ich aber nicht abziehen. Das ist schlecht. Ähm, ich schicke ihn trotzdem da schon mal als Verstärkung hin. So. Hier sehe ich jetzt nichts. Das ist wirklich doof. Ich schicke mal einen vor. Und ich kann eigentlich gerade da nicht unten warten. So. Ja. Die schicke ich doch hier noch als Unterstützung. Und ich glaube, die Seite brauchen wir gar nicht. Die ziehen wir ab. Wir brauchen Männer. Männer brauchen wir. Männer und keine Mäuse. So, weiter. So. Anon zieht jetzt mal weiter ran. Wo ist die Verstärkung? Da. Äh, ich hoffe, zu schnell laufen, meine ich. So, da bricht mir gerade die Linie weg. Das ist natürlich komplett Knorke. Ja. Die bricht mir gerade die komplette Seite weg. Ach, da kommen sie auch rüber. Wo sind jetzt die Leute da? So, wir haben auch die Brücke. Scheiße. Das ist natürlich richtig viel, was da gerade jetzt kommt. So, ich hoffe, zu schnell, bitte. Ach, da gedampft, ey. Und es darf auch gar nicht mehr. So, ey, kannst du gar nicht mehr auf irgendwas gucken, ne? Riecht komplett zusammen. Da bist du gerade alles durch. Scheiße, ich muss die irgendwie ablenken, da. Ah, die rennen schon wieder. Warum rennt die ja, ey? Ich bin? Ich bin... Ah, ich bin... Und nun hat die Dankerführerchen eingenommen. Uns bricht gerade alles zusammen und die Danker-Kirche war da hinten, ja da krieg ich auch eine. Da ist jetzt auch die Cavalry, alter. So, wir ziehen sie hier ein bisschen ab, ist nicht so schlimm. So, warte mal ganz kurz, da bricht ja gerade wieder irgendwo was durch. Wie werden jetzt Truppen angezeigt? In blau? Ich sehe sie aber nicht auf der Karte. Da! Oh! Sie sind da langmarschiert. Hol der Witzker! Jetzt habe ich diesen Punkt da nicht beobachtet. Nimm du den mal ein. Jetzt rennen die mir da vorne da hinten lang. Oh, wir haben ja noch Truppen. Alter Hol der Witzker, du! So, das geht mir gerade richtig auf die Nüsse. Genau. Da haben wir noch einen. Kesseln wir einen. Der Witzker. So. Rüber. Ja, jetzt geht's echt drauf. Jetzt geht's drauf. Warte, ich kaufere jetzt mal meine Punkte direkt da noch. Oh, warte mal. Pause. Pause, 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 Pause. So. Die Truppen sind unterwegs. Die können gleich hier hingehen. Ihr könnt die unter Feuer nehmen. So. Ihr bleibt mal schön da drauf. Hier da drauf. Und ich ziehe zurück. So. Die Kanonen können weiter da drauf. Die schicke ich in den Nahkampf. Weiter. Die Bürger sch bakt. Stop! Lesken Sie den! Der, werden Sie mit feste Tranjoen zurück!! Say City geflogen, dass die Sie gestellt werden! Der, employees mit Druckombust produzieren. Das macht nécessaire. Die Sterne zu er addressed wollten. There,バn 그래요! Die Tä USA wird nicht ausmultiert. Und ichetre am jaBER. So, dann macht der sich mal wieder Cavalry tot. Dann gucken wir uns mal den Supply, auch wenn er leer ist. So, dann mach ich jetzt mal Nahkampf. Heinrich, hol den. So, dann machen wir hier auf Pause. Verliere ich hier den Überblick. Ich will nur, dass die laufen, dass wir hier vielleicht in diesen Wald reinkommen oder hier und da. Und sie sich hier weiter beschäftigen können. Was macht der da hinten? Der jagt den Supplywagen. Das ist okay, kann ich mit leben. Der jagt die Kanonen, kann ich mit leben. Der hat den Hügel eingenommen und Kanonen. Dann darf jetzt die nächsten Kanonen machen. Ihr dürft euch weiter auf den konzentrieren. So, Supply erobert. Zurück. Und die schicke ich auch zurück. Äh, was machst du mein Freund? Zurück. Äh, Pound. Zurück. Du Weihnachtsmann. Jetzt läuft er. Ah. Prost. Ja, hier fehlt mir jetzt die Kavalerie. Weil die eine Kavalerie, die stört mich gerade dermaßen. Ja, warte mal. Du bist noch eigentlich recht aktiv und stark. Du gehst da hin. Lücke schließen. Du kannst da mal hingehen. Gegen diese feindliche Kavalerie. Äh, Camper ziehen wir auch weiter nach da. Und die haben den Punkt eingenommen. So, genau wie die mir hier alle auf den Sack gehen. Na, hier noch Kavalerie. Die hab ich... Entschuldigung. Die hab ich rübergejagt. Hm. Oh! Die Kanone läuft. Äh, Kanone. Die Kavalerie läuft. Die hat wohl einen abgekriegt. Das ist mir jetzt aber gerade in Krise. Die Reihen. Komm mal. Hier zieht sich auch gerade einer zurück. Hier ist überhaupt keiner mehr. Scheiße. Hier ist es. Hier ist es! Ich weiß nicht, was ich hier ist. ist gerade ein heiles Durcheinander hier so, die Kanonen sind Geschichte wenn sie frei waren, kriegen wir aber nicht können wir machen, was wir wollen so, jetzt ist immer hier ein Problem, aber ein gewaltiges ich glaube, es reicht mehr, die beiden hinterher die Kanonen ziehen wir hier jetzt mal ab ich glaube, hier können wir die Ergung auch und ihr beide dürft euch mit denen weiter töten rein im Wald und dann rein die schießen uns aus dem Wald aus rein 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 So, jetzt haben wir sie da vertrieben, jetzt können wir, macht hier die Linie dicht da. Tötet die hinter uns. Wir gehen hier sowas auf den Senkel. Oh, das ist so. Ah, jetzt vermieren sie sich hier. Ich glaube, da gebe ich den Punkt wieder auf. Irgendwann geht es ja langsam mal Kanonen drücken. Zerlagert sich nämlich alles hier hin. Nee, nicht ganz. Das ist nicht einfach hier. Lauf doch mal hinterher. So, wir machen das Offizier. Probieren sie den Nagel haben. Die sind ja weggeschrieben. Obwohl, der die Kanone ist. Ich unterstütze ihn. Okay, wir brauchen da ein Loch durch zurück. Ach so, den Punkt soll man halten, scheiße. Nee, 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 nee. Halt, halt. Das ist hoch. Das ist hoch in den Wald. Könnt ihr die da endlich mal töten? Die haben jetzt den Geist aufgegeben. Gut, dann schiebe ich dich da noch mal hin zur Unterstützung. Und du, rein. Ich genau das klingt. Das ist nicht seltsam. Ich glaube, ich kiege die Sergeant. Ich kenne die Zelle. Zurück, Grimes. Zurück. Naja doch, ging ein bisschen, war mir grad unsicher, greifen wir ihn nochmal an und zieht sich auch zurück. Und das ist jetzt auch doof geworden, zieh dich auch mal zurück. Aber doppelt so schnell. So, ich verliere langsam, ich habe glaube ich schon einen Überblick verloren. Ich glaube nicht langsam, ich glaube ich habe ihn verloren. So, ähm, er macht den nochmal hin da, ne, Entschuldigung, Angriff. Angriff, ich will den Tod haben. Die Linie wird nämlich dünn und da oben ist auch schon fast nichts mehr. Meine Kavallerie Opfer ist schon quasi. Und die ist weg, okay. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt alles war oder ob da jetzt noch mehr kommt. Sie müssen diese Scheißkirche einnehmen, verdammt. Heinrich, hol sie zurück. Das dauert zu lange, aber ich brauche eigentlich. Ah, jetzt jagen sie mal eine Kavallerie noch, ne. Ja, sonst die jagen, das kann ich mir leben. Ich schieße mich aus dem Wald. Ja, die haben wir uns da immer noch. Warte mal. Können wir jetzt doch die Linie vielleicht? So viele Einheiten jetzt. Wir sind jetzt auch weg. Also ich glaube doch, komm, keine sind aber auch zu selber. Aber weiter. Oh nein nein Ich hab zu wenig Leute im Wald, verdammt Ey, wenn ich hier schon mit meinem Munitionswagen, wenn die schon alle, alle sind, brauchen die Gegner noch Munition So viel Munitionswagen geklaut Brauchen wir da rüber Beobacht ist Beobacht ist Wasser WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Habe ich hier hinten noch einen Munitionsfragen, der irgendwie Munition hat? UFO-Kanonen bitte. Aber vielleicht da drauf. Zwei Teile hier noch einen. Ich kriege mich hier gerade gesplittet. Können wir jetzt hier durchbrechen? Zumindest in einen Punkt da einnehmen? Boah, das ist so viel, was wir da verlieren. Wie viel Einheiten muss Heinrich? Wie viel General? Ich brauche hier mal kurz Pause. Alter, mal einen Schluck neben dem Kaffee ist schon kalt, ey. Ja, super. Super, super. So, und trotzdem weiter. Ja, mein Zentrum bricht zusammen. Jetzt muss ich da Druck ausüben. Und mit euch muss ich auch ein Risiko rein gehen. Und hier müssen wir den Punkt da halten. Ich weiß nicht, ob ich den da halten muss. Ich bin jetzt auch ein Rumpel. Und hier müssen wir den Punkt da halten. Ich weiß nicht, ob ich den da halten muss. Ich bin jetzt auch ein Rumpel. Ah, jetzt könnte der hinten schon bei Loomis reinschießen. So, der läuft. Loomis dreht sich um. Komm, mach. Ja, Pause. Ey, was machst du da? Halt! Einfach schießen und glücklich sein. Mehr nicht machen. Bisschen, ich werde nur das hier nachdenken. Mehr sollt ihr gar nicht machen. So, wir müssen euch jetzt weiter davor stoßen. So, weiter vor. Wir müssen da. Wir müssen da die Energie freikriegen. Dann guckend in die Mitte rein. So, wir müssen da mal rüber. Wir müssen da mal rüber. Sie können die Mission beenden oder den Kampf fortsetzen. Wir haben gerade alle Punkte. Ich mach beenden. Halla, die Waldfee. Also gerade zum Schluss. Die haben hier, glaube ich, die komplette erste Division komplett zerschossen. Komplett würde ich sagen. Alle müssen erfüllt werden. Haben wir gemacht. Ich glaube, wir haben gewonnen, aber unter einem riesigen, riesigen, riesigen Verlust. Ja, toll. Die überlebt haben. Verletzt, verletzt, verletzt. Gucken wir uns mal an, wie groß die Verluste sind. Wow, wir haben 468 Gefangene gemacht. Wow. Robert Lee haben wir dazu gekriegt. Und 468.000 und ein paar zerquetschte Dollar. Ruf und Karriere ist da vorgegangen. Äh, vorgekommen. Komm. Ja, Anderson. Hier ist eine komplette Einheit weg. Zwei sogar in der zweiten Division. Zwei komplette Einheiten weg. Oh, die Brigaden haben sich quasi in Luft aufgelöst. Weg. Einfach weg. Ja, viele Vorgesetzte sind dezimiert. Ähm, ich weiß gar nicht. Hatte ich hier auch Einheiten? Das weiß ich gar nicht mehr. Ihr könnt zurückspulen. Ich kann es nicht oder die andere Folge anmachen. Nee, ich glaube da hatte ich nichts. Na gut, hier gab es viele Aufstiege, weil die habe ich jetzt zum ersten Mal richtig benutzt. Ansonsten echt blutig. Und wie sieht es jetzt aus? Ja komm, das ist immer weg. Washington. Ist das Washington? Nee, ne? So. Fredericksburg. Nicht Washington, aber kurz vor Washington. Krass. Jetzt haben wir hier ganz links auf einmal zwei Schlachten. Worin? Okay. Hoffentlich kann ich mir hier mal ein bisschen meine Truppen wieder auffüllen. Ja, große, große Verluste wie gesagt auf meiner Seite. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt so wie ich geplant und gemacht habe, ob das alles jetzt so... Also wir haben Glück gehabt, dass ich da echt nochmal die Truppen zu dieser Kirche hingeschickt habe. Weil, ähm, die Mitte, das Zentrum hätte nicht mehr länger überlebt. Das Zentrum hat sich ja quasi aufgelöst. Komplett. Und oben dieser Truppen, die, ähm, die obere links, ganz obere Ecke da mit den zwei Kanonen. Das war, hat mir echt da oben noch das Zentrum so ein bisschen erleichtert. Ohne das, ähm, wäre ich auch weg gewesen. Und, ähm, jetzt muss ich sagen, hier, die eine Kavallerie gibt's ja gar nicht mehr. Genau, wir haben... Wimes noch. Aber hier hatten wir noch einen anderen, äh, Kavallerie, die hat sich komplett aufgelöst. Die ist komplett Geschichte. Ähm, ja, schade. Kanonen haben wir auch echt viel verloren. Mit den schönen Napoleon-Geschützen. Die 1200. Und, äh, Versorgung ist auf einmal so runtergegangen. Hier haben wir noch 22.500, 22.500. Ja, hier fehlen jetzt 20.000. Also, wir haben derbe, derbe, derbe verloren. Das waren alles mal Einheiten mit 2000. Das ist alles richtig zu Klump geschossen. Gut, ähm, ja, viele Verwundete. Wie fandet ihr die Schlacht? Wie hab ich mich geschlagen? Schreibt's ab in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich könnt ihr mich auch liken, kommentieren, äh, liken, kommentieren und abonnieren könnt ihr mich auch. Ähm, ja, ich trinke jetzt meinen kalten Kaffee aus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö